so meine freunde wer hätte das gedacht und ihr cash muss zurück gestern erst 1994 am start gehabt und ja nach so kurzer zeit kann ich euch jetzt verkünden mein neues album kommt am ersten september hose & bros wird das gute stück heißen ja und vom sound her geht es eigentlich genau da weiter wo wir jetzt mit 1994 aufgehört haben ein überbrutales album ich habe euch das schon bei 1994 vorhergesagt diesmal sage ich euch auch vorher ihr werdet auf jeden fall durchdrehen wenn ihr diese platte hört böse hits gemacht böse was gegönnt wie ihr seht ja erster september geht überall auf amazon itunes überall wo man das vorbestellen kann auch für die leute die immer auf eine box zum beispiel warten es wird keine box geben auch bei diesem album nicht da verzichten wir komplett drauf wir wissen dass wir höher charten könnten wenn wir eine box hätten aber darauf kommt es nicht an es kommt darauf an dass die mucke stimmt die mucke stimmt die mucke haben wir und auf jeden fall wird euch das album böse überraschen und den sommer auf jeden fall um einiges versüßen erste video kommt bald also bleibt relaxed haltet ab jetzt meine seite in augen und ja lasst euch überraschen aus und bros ist programm und solange chill ich hier noch in diesem wunderschönen haus mit wunderschönen frauen wenn er zeit ist vorbei meinst du das 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 das